hey leute david von idosignish hier mit einem schnellen kurzen tutorial für euch und zwar ich habe in meinen augen was richtig geiles herausgefunden und zwar ich sitze gerade an einem speedart hier von einem lichtschwert könnt ihr die tage auf meinem kanal bestimmt sehen und ja als alter star wars fan habe ich halt schon diverse griffe gemacht könnt ihr gerne mal schauen also die tutorials als auch speedarts aber ich habe bisher immer nur die griffe gemacht weil ich fand die klingen halt irgendwie ziemlich umständlich also ich habe es ja immer so gemacht ich habe die klinge an sich erstellt halt eingefärbt und dann muss sie halt exportieren irgendeinen anderen bearbeitprogramm photoshop oder sowas und halt mit verschiedenen layern musste ich halt das zum leuchten bringen so jetzt ist halt total unnötig und aufwändig gewesen für mich immer deswegen habe ich mir mal gedacht wo ich das erstellt habe hier das den griff hier vielleicht gibt es eine möglichkeit den auch die klinge authentisch zu erstellen weil ich habe es halt auch in diversen anderen videos gesehen dass das halt echt ziemlich cool ist einfach und dachte hey das muss doch irgendwie möglich gegeben und wie gesagt ich habe hier was cooles rausgefunden im internet habe ich nicht so wirklich was gefunden deswegen habe ich hier ja ziemlich lange nach nach suchen müssen aber ich finde es in meinen augen echt cool ist gelungen und ja ich hoffe es gefällt euch auf jeden fall mache ich das ganze mit redshift also wenn ihr jetzt kein redshift habt dann geht es halt auf eine andere art und weise deswegen wie gesagt ich sage euch das an redshift und zwar gehen auf erzeugen gehen auf redshift gehen auf man hier will gehen auf ich würde es gar nicht erst aussprechen incendie sense auf jeden fall der leuchtschäder gehen wir mal rein beziehungsweise ich sage euch das auf redshift gehe ich auf render preview und und seht ihr okay hier ich habe jetzt noch mal ein zylinder genommen als klinge also nichts dramatisches deswegen haben wir uns ein shader den shader ziehen wir uns mal auf unsere auf unser zylinder und wir sehen okay der ist schon mal weiß ja wie gesagt ist schon mal dass die grundidee davon deswegen wir gehen jetzt da rein gehen und können uns hier unsere farbe im entwick aussuchen also ich das ist jetzt das lichtschwert von sabine renn aus der sasoka serie und das ist grün deswegen wir machen uns ein grün jetzt sage ich habe ich wie gesagt wie es doof er so sind zwar ihr müsst dürft es nicht in die in der kompletten farbe machen also grünen wenn ich das komplett grün mache ist es halt komplett grün wie ihr wisst lichtschwert ist halt in der mitte weiß und das hat er die farbe außen das halt licht ist es halt weiß deswegen wir gehen auf unser color machen nicht komplett grün sondern ein bisschen ins weiße rein und wie wir sehen können jetzt ist es schon ein bisschen weißer okay das ist schon mal in ordnung so dann machen wir als nächsten schritt um euch das zu zeigen machen wir eine kamera und zwar stand also camera standard kamera gehen auf unser tag und wir gehen auf blumen gehen wir auf over enable und also gehen auf dass wir es alles anstellen so und jetzt können wir hier noch mal in den einstellungen ach sorry und wir müssen natürlich in die kamera reingehen damit es halt wirkung hat so jetzt nehmen wir erstmal unser multiplayer den können wir jetzt ist auf eins den gehen wir mal auf fünf beispielsweise und wir sehen okay es fängt langsam an zu leuchten ich gehe mal auf acht okay auf acht machen acht schon mal gut dann apply camera aktivieren wir und ja guck noch mal ich denke das soll es eigentlich schon gewesen sein kamera ja genau und hier kann man wie gesagt die farben auswählen könnt jetzt auch in blau nehmen und dann rot nehmen ist eigentlich für die wurscht wie es wie er das macht nochmal blau und jetzt habe ich ob ein blaues finde ich ziemlich cool und ist auch recht schnell gelöst und ich finde das hat er echt einen coolen look ihr könnt natürlich hier jetzt noch herumspielen multiplayer mal auf 10 gehen beispielsweise und seht halt okay es wird intensiver aber die klinge an sich bleibt halt weiß was halt cool ist ja und das schöne ist halt dass da das ja alles in cinema fd ist reflektiert es halt den den rest hier auch mit deswegen ist natürlich cool ich sage euch das war einer großen ansicht wenn ich wenn wir es rendern also ja wie ihr sehen könnt okay ich hatte eine beispiel verschiedene sachen probiert aber das war mein erster versuch das ist halt ziemlich cool also meinen augen finde ich das echt cool gelungen und wie gesagt das reflektiert auch und also mein hintergrund ist schwarz und das sieht halt schon echt cool authentisch aus gehen wir mal hier okay das ist jetzt ein bisschen okay im vergleich zu den anderen müssen stärker aber wie gesagt ihr könnt ja hier immer wieder reingehen und multiplier erhöhen auf 10 beispielsweise und habe dann in endeffekt natürlich mehr intensivere ergebnisse und das finde ich ehrlich gesagt wie gesagt ziemlich geil also sieht echt cool aus ich hoffe es gefällt euch auch also als alter star aus finde ich wie gesagt wenn ich entfernt wenn ich natürlich cool ich hoffe es hat euch gefallen ihr konntet ein bisschen was zu lernen wenn es so war dann würde ich mich auf jeden fall über ein like freuen lasst mir ein abo da wenn du noch irgendwelche fragen habt wie irgendwas erstellen könnt oder so schreibt es gerne in den kommentar rein ich helfe euch da gerne beziehungsweise zeige euch auch gerne noch mal die videos oder tutorials dafür ansonsten würde ich sagen danke fürs zusehen haut rein und bis zum nächsten mal ciao